Wie ich schon angesprochen habe, ist die Angst eigentlich eine natürliche und eine gute Reaktion, weil sie unser Überleben schützt. Der Mensch möchte ja überleben, um unsere Art aufrechterhalten, also sprich, wir wollen unser eigenes Überleben schützen und wir wollen schauen, dass wir unsere Genen weitergehen. Und darum richten sich unsere Ängste hauptsächlich auf das eigene Leben bzw. auf die eigene Unversehrtheit und auch auf die Unversehrtheit für unsere Mitmenschen, also sprich, von der Familie zum Beispiel.